Hi hier ist Dodo von Blogberat. In diesem kurzen Video zeige ich euch geschwind wie ihr mit Tiny Umbrella die SHSH Blobs von iOS 5.0.1 von Cydia herunterladet und im TSS Server startet. Dazu ladet ihr jetzt erstmal hier aus der Anleitung Tiny Umbrella für euer Betriebssim herunter. Ich lad mir hier Tiny Umbrella für Windows. So sagen wir hier speichern, zack, Download schon abgeschlossen. Zielordner anzeigen. So ich habe schon ein bisschen vorbereitet wie ihr seht. Ich habe auch schon hier die anderen Sachen aus dem Tutorial geladen. Jetzt starten wir erstmal Tiny Umbrella. Wichtig bestätigt diese Anfrage, diese Benutzerkontensteuerung Anfrage mit Ja. So und schon wird Tiny Umbrella geladen. So hier auf der Seite habt ihr jetzt die Liste eurer iPhones, die Tiny Umbrella kennt oder auch nicht kennt. Ich lade jetzt im Prinzip mal das iPhone von Sarah. Das ist das iPhone von meiner Freundin. So als erstes geht ihr jetzt hier auf Advanced und setzt einen Haken bei Request SHSH from Cydia. Das müsst ihr nur machen, wenn ihr bisher nicht mit Tiny Umbrella SHSH Blobs von eurem iPhone gesichert habt. So jetzt gehen wir erstmal wieder auf General, dass wir das sehen. Bei euch wird diese Liste hier leer sein. Als nächstes geht ihr auf Save SHSH. Jetzt verbindet sich Tiny Umbrella mit dem Cydia Server und gleicht im Prinzip die SHSH-Files auf dem Cydia Server mit Tiny Umbrella ab. Bei mir ändert sich jetzt hier im Prinzip nichts, weil ich schon für sämtliche iOS-Versionen die SHSH Blobs gesichert habe. Bei euch dürften jetzt die SHSH Blobs erscheinen. Voraussetzung ist natürlich, dass auch Cydia eure SH Blobs gesichert hat oder ihr die im Prinzip selbst gesichert habt. So als nächstes startet ihr den TSS Server. Damit wird im Prinzip Apple vorgegaukelt, dass Tiny Umbrella der Apple Server wäre und stellt im Prinzip die ganzen SHSH Dateien zur Verfügung. Jetzt könnt ihr im Prinzip mit dem Tutorial weitermachen. Das nächste Video zeige ich euch, wie ihr euer iPhone in den PoundDF-Mode mit Red Snow versetzt. Bis gleich!